Musik Mein Name ist Marco Kimmel, ich bin erster Nachwuchsvorstand der Schwenninger Wild Wings Future. Wir befinden uns hier in der Helios Arena in der Mooswelt L9. Wir haben hier Top-Rahmenbedingungen für den Nachwuchs. Wir haben zwei Eisbahnen, wir haben Ganzjahreseis, wir haben professionelle Strukturen, wir haben vier hauptamtliche Trainer, die sich hier um den Nachwuchs kümmern, darunter auch einen ehemaligen Nationalspieler. Eishockey ist natürlich ein super toller Sport, der mega viel Spaß bringt und auch die Kinder fördert. Nicht nur auf dem Eis, sondern auch neben dem Eis. Es prägt die Sozialkompetenz, Teamfähigkeit wird bei uns ganz groß geschrieben. Kinder lernen fürs Leben, nicht nur den Sport, sondern auch für den Alltag, für die Sachen neben dem Eis und auch für die Zukunft. Hier werden Freundschaften geschlossen, die jahrelang halten, egal ob es für jeden Einzelnen im Eishockey weitergeht oder nicht, aber man findet hier Freunde fürs Leben. Wir sind hier in Schwenning natürlich ein sehr traditioneller Standort. Wir haben eine über 100-jährige Geschichte. Wir sind ein sehr familiärer Verein. Hier ist der eine für den anderen da, man unterstützt sich gegenseitig, auch gerade auch von Seiten der Sponsoren und der Stadt. Wir arbeiten hier alle zusammen, Hand in Hand, um den Verein und den Standort weiter voranzukommen. Hallo, ich bin Maxi, bin 16 Jahre alt, habe mit sieben angefangen, Eishockey zu spielen. Ich habe auch in der Laufschule angefangen und dann bis zu 17 bin ich jetzt gekommen. Ich trainiere Laufschule, U9 und U11. Schauen wir mal ein bisschen im Training zu. Das ist sehr cool. Na, hast auch du Lust auf Eishockey? Dann komm zur Laufschule der Wild Wings Future und lass dir zeigen, wie es geht. Du hast noch keine eigene Ausrüstung? Kein Problem, du kannst dir alles bei uns leihen. Die genauen Trainingszeiten und weitere Infos gibt's auf unserer Homepage. Wild Wings Future – Wir sind die Zukunft! Wild Wings Future – Wir sind die Zukunft!